Unter Geschichte der Ethik werden hier die philosophischen Grundpositionen auf dem Feld der allgemeinen Ethik in historischer Perspektive dargestellt. Zur systematischen Übersicht siehe dort, Prähistorie und alte Hochkulturen. Bereits bei den prähistorischen Gesellschaften muss davon ausgegangen werden, dass sich in ihnen ethische Regeln des Verhaltens herausgebildet haben, wie Beobachtungen an primitiven Gesellschaften zeigen. Diese Gesellschaften sind generell religiös fundiert, Verbote sind oft an Tabus zu erkennen. Auch für die frühen Hochkulturen ist die Religion für die Entwicklung des gesellschaftlichen Ethos von ausschlaggebender Bedeutung. So gilt im alten China die Einordnung in das Tao, das Prinzip der Weltordnung, als das oberste Gebot. Die vedische Religion Indiens kennt ein die Weltregierendes Sittengesetz, das als unpersönliche Größe sogar über Varuna, dem Weltschöpfer, stand. In der babylonischen Religion werden die ethischen Gebote auf Shamash, den Gott des Rechts, zurückgeführt, der auch als Urheber des Codex Amorapi, der ältesten überlieferten Gesetzessammlung gilt. Als Rechtsgrundsatz wird die Talion eingeführt, die die Vergeltung von Gleichem mit Gleichem fordert. Die vorchristliche Antike In der griechischen Antike gerät die mythologische Überlieferung als die Grundlage des Ethos zunehmend in die Kritik. Es bildet sich erstmals die Ethik als eine philosophische Disziplin heraus. Während in den acharschen Gesellschaften die gesamte soziale Ordnung als von den Göttern oder dem einen Gott bestimmt gedacht wurde, tritt nun das Individuum in den Vordergrund. Es wird nach einer vernünftigen, allgemein einsehbaren Legitimation der menschlichen Praxis verlangt. Von den Sophisten werden die Gesetze der Polis in Frage gestellt und dem Naturrecht gegenübergestellt. Im Mittelpunkt stehen die Fragen nach dem guten Leben und dem höchsten Gut. Die Realisierung des guten Lebens wird zunächst an die soziale Gemeinschaft gebunden. Mit dem Zerfall der Polis als demokratischer Institution wird dieser Bezug aufgegeben. In der Stoar führt dies einerseits zu einem kosmopolitischen Ethos und zur Idee eines universalen Naturrechts, andererseits aber auch zu einem Rückzug ins Innere des ethischen Subjekts. Dieser klassische teleologische Ansatz, der auch als Strebensethik bekannt ist, wird vor allem in der Blütezeit der griechischen Klassik und im Hellenismus vertreten. Er geht davon aus, dass jedem natürlichen Gegenstand das Streben inne wohnt, ein in seiner Natur oder seinem Wesen angelegtes Ziel zu erreichen. Das wesenzeigende Ziel wird dadurch verwirklicht, dass der Gegenstand seine spezifischen Anlagen vervollkommnet und so eine natürliche Endgestalt ausbildet. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich bei dem betreffenden Objekt um ein lebloses Ding, eine Pflanze, ein Tier oder ein Vernunftwesen handelt. Als Gegenstände in diesem Sinne kommen aber nicht nur natürliche Gegenstände in Frage, auch die soziale oder politische Gemeinschaft. Die Geschichte oder der gesamte Kosmos können als teleologische Entitäten aufgefasst werden. Auch der Mensch besitzt ein eigenes Ziel, das er durch die Perfektionierung seiner spezifischen Anlagen verwirklicht. In seiner Natur ist also schon eine ganz bestimmte Zielgestalt angelegt, auf die hin er sich entwickelt. Allerdings wird der Mensch anders als die unbelebten Gegenstände, Pflanzen oder Tiere nicht als gänzlich durch seine natürlichen Eigenschaften und Zielvorgaben determiniert angesehen. Er muss sich auch in einem gewissen Rahmen an der Realisierung seines Telos selbst beteiligen. Der ontoteliologische Ansatz fordert, dass der Mensch so handeln und leben soll, wie es seiner Wesensnatur entspricht, um so seine Art spezifischen Anlagen auf bestmögliche Weise zu vervollkommen. Da der Mensch über ein gewisses Maß an Freiheit verfügt, kann er seine Zielvorgabe auch verfehlen. Eine Unterscheidung zwischen moralischer Richtigkeit und außermoralischer Gutheit ergibt im Rahmen ontoteliologischer Ethiken keinen Sinn. Obgleich die Verfügung über äußere Güter durchaus eine Rolle spielen kann, sind es nicht diese Güter, die in erster Linie angestrebt werden. Das Gut, um das es vor allem geht, ist eine bestimmte Art und Weise zu handeln, nämlich das gute Handeln selbst. Platon bei Platon ist die Ethik noch nicht als völlig eigene Disziplin entwickelt. Sie steht in einem engen Zusammenhang mit der Metaphysik. In dem platonischen Frühdialogen ist die Frage nach dem Wesen der Tugenden zentral. Die unterschiedlichen Versuche, diese Fragen zu beantworten, münden in Aporin. Da ihnen in Platons Verständnis die Frage nach dem Guten vorgeordnet ist, so ist Z. B. die Definition der Tapferkeit als eine Beharrlichkeit der Seele nicht angemessen, da es auch schlechte Formen der Beharrlichkeit gebe. Was das Gute ist, wird von Platon ausführlich im Staat beantwortet. Die Frage nach dem Idealen Staat wird ihn zur Frage, welches Wissen seine Herrscher dazu befähigt, ihre Herrschaft richtig und gerecht auszuüben. Dieses ist die Einsicht in die Idee des Guten. Ohne sie ist alles Wissen und jeder Besitz letztlich nutzlos. Platon grenzt das Gute von den Begriffen Lust und Einsicht ab. Das Gute kann nicht mit der Lust identisch sein, da es Gute und schlechte Lust gibt. Aber auch nicht jede beliebige Einsicht ist mit dem Guten identisch, sondern nur die Einsicht in das Gute. Im Sonnengleichnis wird das Gute durch eine Analogie weiter veranschaulicht. Das Licht der Sonne verleiht den Gegenständen ihre Sichtbarkeit und ermöglicht uns, dass wir die Gegenstände sehen können. Darüber hinaus stellt die Sonne die Existenzgrundlage allen Lebens dar. Analog dazu ist die Idee des Guten Ursache für die Erkennbarkeit der Dinge wie für unser Erkennen. Sie ist darüber hinaus der Grund dafür, dass die Dinge das sind, was sie sind. Sie ist das Prinzip aller Ideen und gehört einer höheren Ordnung an. Erst durch das Gute erlangen die Dinge ihr eigenes Sein und Wesen. Für Platon ist hier also die Erkenntnis des Guten nicht nur die Voraussetzung für die Erkenntnis des Wesens der Tugenden, was im Zentrum seiner Frühdialoge stand, sondern für das Wesen aller Dinge. Denn nur wenn der Mensch weiß, wofür ein Ding gut, was also sein Ziel ist, sei er auch in der Lage, sein wahres Wesen zu erkennen. Aristoteles Aristoteles gilt als der klassische Vertreter des ontoteliologischen Ansatzes. Seine Ethik setzt an beim Begriffe des höchsten Guts. Dieses muss folgende Kriterien erfüllen. Es muss autark sein, das heißt, man darf, wenn man im Besitz dieses Guts ist, keine anderen Dinge mehr bedürfen. Es muss um seiner selbst und niemals um einer anderen Sache willen gewählt werden. Es wird nicht dadurch vergrößert, dass ein anderes Gut hinzugezählt wird. Diese Kriterien werden nach allgemeiner Ansicht von der Eudemunia erfüllt. Allerdings bestehen Kontroversen über die Frage, worin das Glück besteht. Nach Aristoteles' Ansicht kann der Mensch das Glück dadurch erreichen, dass er sein spezifisches Ergon zu verwirklichen sucht. Das Wort Ergon meint die spezifische Funktion, Aufgabe oder Leistung einer Sache. Um die Frage nach dem Ergon des Menschen zu beantworten, greift Aristoteles auf die verschiedenen Fähigkeiten der menschlichen Seele zurück. Sie verfügt über die lebenserhaltenden Fähigkeiten der Ernährung und des Wachstums. Diese stellen aber keine spezifische Leistung des Menschen dar, weil sie auch bei allen anderen Lebewesen zu finden sind. Sie verfügt über das Vermögen der sinnlichen Wahrnehmung. Auch dieses Vermögen findet sich bei anderen Lebewesen. Sie verfügt über die Fähigkeit der Vernunft. Dies ist das dem Menschen eigentümliche Vermögen, weil keinem anderen Lebewesen diese Fähigkeit zukommt. In der menschlichen Seele gibt es nach Aristoteles zwei verschiedene Teile, die mit der Vernunft zu tun haben. Den Teil, der selbst vernünftig ist bzw. über Vernunft verfügt. Den Teil, der keine Vernunft besitzt. Dieser ist wiederum unterteilt in einen vegetativen Teil und einen Teil, der in der Lage ist, auf die Vernunft zu hören und ihr zu gehorchen. Den letzteren nennt man für gewöhnlich Strebevermögen. Das gesuchte Ergon des Menschen besteht nun darin, die Vernunftfähigkeit der beiden Seelenteile zu aktivieren, das heißt von der Potentialität in die Aktualität überzuführen. Diese spezifisch menschliche Leistung wird dann erreicht, wenn die Seele in einem vortrefflichen Zustand ist, was von Aristoteles mit dem Ausdruck Arete bezeichnet wird. Den beiden Seelenteilen entsprechend, die vernünftig genannt werden können, lassen sich nach Aristoteles auch zwei Arten von Tugenden zuordnen. Dem vernünftigen Seelenteil entsprechen die Dianotischen oder Verstandestugenden, dem unvernünftigen Seelenteil die Ethischen oder Charaktertugenden. Von diesem Ansatz ergibt sich Aristoteles' Verständnis, wie das vollkommene Glück erreicht werden kann. Die beste Lebensform ist die theoretische oder kontemplative. In ihr kann der höchste menschliche Seelenteil, die Vernunft, entfaltet werden. Ein solches Leben ist aber nach Aristoteles' Ansicht höher, als es dem Menschen als Menschen zukommt und steht eigentlich nur den Göttern zu. Außerdem sind die Menschen dazu gezwungen, sich mit ihrem äußeren Umfeld auseinanderzusetzen. So bleibt für Aristoteles als zweitbeste Lebensform nur die politische. Diese ermöglicht im Umgang mit anderen Menschen die Entfaltung der Charaktertugenden. Bereits in der Antike gab es ethische Ansätze, die nicht mehr von einer letzten vorgegebenen Zweckhaftigkeit des menschlichen Daseins oder der Welt ausgingen. Ihr Augenmerk zur moralischen Qualifizierung von Handlungen richtete sich ausschließlich auf, deren Konsequenzen im Hinblick auf ein als Nutzen. Verstandnes Telos Epikur Die epikurische Ethik, die schon während der Blütezeit der klassischen teleologischen Ethik als gewichtiger Gegenentwurf konzipiert wurde, weist bereits eine letzte Zweckhaftigkeit des menschlichen Daseins oder der Welt ausdrücklich zurück. Die Lust wird von Epikur zum alleinigen Inhalt des guten Lebens erklärt. Er unterscheidet zwei Arten der Lust. Eine kinetische Lust auf der einen Seite sowie eine katastematische, h. mit dem naturgemäßen Zustand verbundene Lust auf der anderen. Die kinetische Lust scheidet für Epikur als Kandidat für ein gutes Leben aus. Sie beruht auf einem stettigen Wechsel von Unlust und Lustzuständen und muss somit auch die Unlust als Bedingung ihrer Möglichkeit bejahen. Sie birgt außerdem stets die Gefahr in sich, dass Bedürfnisse ständig über das sinnvolle Maß hinaus befriedigt und somit neue Bedürfnisse geschaffen werden. Diese Art des Luststrebens ist potenziell maßlos und droht entgegen ihrer ursprünglichen Intention zu einer fortwährenden Quelle der Unlust zu werden. Die katastematische Lust ist die höchste Form der Lust und das Ziel des Lebens. Sie wird erreicht durch den Zustand unbedürftiger Seelenruhe. Diese wird durch Schmerz und Furcht gefährdet. Daher sieht Epikur die Aufgabe der Ethik in der begründeten Auflösung unbegründeter Ängste. Vier letztlich unbegründete Ängste sieht Epikur als zentral an. Die Angst vor Gottes Strafe Epikur hält es für unnötig, den natürlichen Lauf der Welt über den Eingriff von Göttern zu erklären. Diese existieren vielmehr vollkommen und glückselig ohne an solchen Eingriffen interessiert zu sein. Die Angst vor dem Tod Epikur definiert Leben als eine bestimmte Mischung der Atome, während der Tod das bloße Aufheben dieser Mischung ist. Da für ihn Bewusstseinszustände, damit Schmerz und unser Erleben überhaupt von dieser Mischung notwendig abhängen, gibt es keinen Grund sich vor dem Tod zu fürchten. Solange wir leben ist der Tod nicht da, wenn der Tod da ist sind wir nicht mehr da. Die Furcht vor Schmerzen Dieser doch sehr zentrale Punkt für die Gesamtargumentation Epikurs wird relativ simpel gelöst. Es gibt keine Schmerzen, die nicht aushaltbar sind. Die Furcht zu wenig zum Leben zu haben Auch hier ist die Lösung recht einfach gehalten. Alle Dinge, die lebensnotwendig sind, lassen sich leicht beschaffen. An den letzten beiden Punkten erscheint der allgemeine Einwand Epikurs Ethik sei eine der besser gestellten als nicht völlig verfehlt. Verstanden Außerdem steht im Zentrum das Lebensglück von Einzelnen als Einzelne, denen der Rückzug ins Private empfohlen wird. Seine Ethik kann daher als Vorläufer sowohl des Utilitarismus als auch des Kontraktualismus verstanden werden und hatte besondere Bedeutung für die Geschichte der Glücks- bzw. Klugheitslehren. Für die Stoiker stellen Selbstliebe bzw. Selbsterhaltung den Grundtrieb überhaupt dar. Die Verfolgung dieses Triebes steht am Anfang jedes natürlichen Entwicklungsprozesses. Im Unterschied zum Tier besitzt der Mensch aber mit der Vernunft noch eine darüber hinausgehende Naturanlage, die sich schon bei Kindern ab einem gewissen Zeitpunkt als zweckfreies Erkenntnis streben zu regen beginnt. Mit dieser Entdeckung der Vernunft kommt es zu einer wichtigen Konkretisierung des Gegenstandes der Selbstliebe. Das naturgemäße Leben ließ sich jetzt nämlich als ein Leben gemäß der Vernunft begreifen. Dabei wurde die Vernunft nicht nur Gegenstand der Selbstsorge, sondern zugleich auch als die eigentliche Leitungsinstanz betrachtet, die alle anderen Antriebsmomente zu bilden und zu ordnen hat. Um ihre Funktionen angemessen erfüllen zu können, müsse die Vernunft einen langwierigen Bildungsprozess durchlaufen, der den Menschen allmählich dazu befähige, sich nur das zu eigen zu machen, was wirklich seiner Natur gemäß ist. Diese Einsichts- und Aneignungsbewegung nennen die Stoiker Eukaiosis, womit die Vervollkommnung der vornehmsten menschlichen Eigenschaften gemeint ist. Dieser Vervollkommnungsprozess wird nicht nur als individuelles Geschehen gedeutet, sondern in einen kosmischen Zusammenhang gestellt. Die allmähliche Aneignung der Vernunft, die sich im praktischen Bereich als Zuwachs der Tugend äußert, deuten die Stoiker als eine schrittweise Angleichung an das allgemeine Weltgesetz. Die lebenspraktischen Resultate dieser Haltung verdichten sich im Streben nach der Seelenruhe, die von allen äußeren Umständen und Zufällen völlig unabhängig machen soll. Aus der Tatsache, dass das wahre Menschliche selbst an einer allgemeinen Weltvernunft partizipiert, folgt eine innere Verbundenheit und prinzipielle Gleichheit aller Menschen. Die Welt wird als der gemeinsame Staat der Götter und Menschen betrachtet. Weil jeder Mensch Teil dieses Ganzen und auf es angewiesen ist, ist der gemeinsame Nutzen dem des Einzelnen vorzuziehen. Das Christentum in Antike und Mittelalter Im Christentum bleibt die Begründung des Ethos durch die göttliche Offenbarung zwar erhalten, Es wird jedoch der Versuch unternommen, die Ansätze der antiken Philosophie in die Theologie zu integrieren. Im Anschluss an den Neu-Platonismus wird die Angleichung an Gott als das Ziel allen menschlichen Handelns angesehen. Diese muss vom menschlichen Willen, sofern dieser überhaupt noch als frei angesehen wird, angenommen werden. Als Ziel des menschlichen Lebens wird nun nicht mehr ein Leben in der Polis, sondern das jenseitige Reich Gottes angesehen, das sowohl vom Staat als auch von der Kirche unterschieden wird. Die Bedeutung des Irdischen wird zunehmend relativiert und das ethische Ideal in einem Leben der Askese gesehen. Nach der Wiederentdeckung des Aristoteles im Hochmittelalter wird die christliche Tugendetik weiterentwickelt. Der Einfluss seiner politischen Schriften liefert außerdem die Grundlage für ein Überdenken des Verhältnisses von staatlicher und kirchlicher Gewalt und deren allmählicher Teilung von der Renaissance zur Aufklärung. Die konfessionelle Aufsplitterung der Kirchen als Folge der Reformation führt zu einer Auflösung eines einheitlichen christlichen Ethos und einem Neuverständnis der staatlichen Gewalt. Sein Zweck ist nun nicht länger die Angleichung an ein jenseitiges Gottesreich, sondern sein eigener Selbsterhalt unter seiner Glieder. Er wird als das Ergebnis eines im Naturzustand eingegangenen Vertrags der einzelnen Individuen angesehen. Als Vertragstheorien bezeichnet man Konzeptionen, die die moralischen Prinzipien menschlichen Handelns und die Legitimationsbedingungen politischer Herrschaft in einem hypothetischen, zwischen freien und gleichen Individuen geschlossenen Vertrag sehen. Die allgemeine Zustimmungsfähigkeit wird damit zu einem fundamentalen normativen Gültigkeitskriterium erklärt. Den Hintergrund der Vertragstheorien bildet die seit der Neuzeit verbreitete Überzeugung, dass moralisches Handeln nicht mehr durch Rekurs auf den Willen Gottes oder eine objektive natürliche Wertordnung gerechtfertigt werden kann. Gesellschaft wird nicht mehr wie in der aristotelischen Tradition als Folge der sozialen Natur des Menschen verstanden. Das einzige ethische Subjekt ist in dieser Konzeption das autonome, allein auf sich gestellte Individuum, das in keinerlei vorgegebenen Natur- oder Schöpfungsordnungen mehr steht. Gesellschaftliche und politische Institutionen lassen sich demnach nur dann noch rechtfertigen, wenn sie den Interessen, Rechten und Glücksvorstellungen der Individuen dienen. Thomas Hobbes Naturzustand und Legitimation von Herrschaft Vertragsmotive finden sich zwar bereits im Denken der Sophisten und im Epikureismus erst in der Neuzeit, wurde jedoch der Vertrag in den Rang eines theoretischen Legitimationskonzepts erhoben. Als Begründer der Vertragstheorie gilt Thomas Hobbes. Die von ihm entwickelten Konzepte prägten das gesamte sozialphilosophische Denken der Neuzeit. Sie stellen die ethische Grundlage des Liberalismus dar. Hobbes Ausgangspunkt ist der Gedanke eines fiktiven Naturzustandes. Er wird von ihm als ein Zustand gedacht, in dem alle staatlichen Ordnungs- und Sicherheitsleistungen fehlen. In einer solchen Situation würde jeder, so Hobbes, seinen Interessen mit allen ihm geeignet erscheinenden und verfügbaren Mitteln verfolgen. Dieser vorstaatlich anarchische Zustand wäre für die Individuen aufgrund seiner Konfliktrechtigkeit letztlich unerträglich. Die Ursache der Konflikte stellten die entlosen Begehrden der Menschen und die Knappheit der Güter dar. Sie würden nach Hobbes zu einer Situation führen, in der jeder zum Konkurrent des anderen wird und eine tödliche Gefahr darstellt. Die Konsequenz wäre der Krieg aller gegen alle. Dieser Zustand, in dem es kein Recht, kein Gesetz und kein Eigentum gibt, wäre letztlich für jedermann unerträglich. Es liegt also im fundamentalen Interesse eines jeden, diesen gesetzlosen vorstaatlichen Zustand zu verlassen. Die zur Einrichtung des staatlichen Zustandes notwendige individuelle Freiheitsheinschränkung ist allerdings nur möglich auf der Basis eines Vertrags, in dem die Naturzustandsbewohner sich wechselseitig zur Aufgabe der natürlichen Freiheit und zu politischem Gehorsam verpflichten und zugleich für die Einrichtung einer mit einem Gewaltmonopol ausgestatteten Vertragsgarantie macht Sorgen. Der Vertrag ist bei Hobbes nicht kündbar außer mit Billigung des Souveräns. Dieser verfügt über eine unumschränkte Staatsgewalt, da er nur so in der Lage ist, Frieden, Ordnung und Rechtssicherheit zu gewährleisten.